Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Spinatpflanze. Normalerweise kennen wir vom Spinat ja diese einfachen kurzen Blätter, die wir dann als Blattspinat oder als gematschter Blattspinat essen. Wenn die Spinatpflanze einen gewissen Zeitpunkt im Jahr überschreitet, fängt sie an zu blühen und zu schießen. Da entsteht dieser Schosser und an der Spinatpflanze entsprechen kleinere Blätter. Im Gegensatz zu den meisten anderen Pflanzen kann man die Spinat auch noch in der Blüte- und Blattphase essen, ohne dass sie schlecht schwenkt. Der schmeckt nur ein bisschen zäher. Hier werden aus diesen Blüten neue Samenkapseln sich bilden und Spinat ausfallen. Die Samen sind sehr klein, das Beste ist hier ein Tuch drunter auszubreiten und zu warten, dass es von alleine ausfällt. Dann könnt ihr es neu ansehen. Die Spinatpflanzen gehen normalerweise über einige Zeit danach ein, nachdem sie geblüht haben. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, wenn ihr Spinatpflanzen habt, es sind nicht nur die Blätter, die da sind. Es gibt dann auch Schnecken und andere Tiere, die das gerne mal auffreffen. Und ihr müsst darauf achten, dass sich nicht irgendwelche Unkraut dazwischen ansammeln. Und worauf ihr achten müsst, wenn die Samen ausfallen in dem Beet, wenn ihr das zulässt, kommen immer wieder neue Spinatpflanzen. Er ist ein relativ gut etablierbares Unkraut. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spinat und wenn ihr ihn früher ersetzt oder früher erntet, habt ihr viel mehr Spaß damit, als wenn ihr wartet, dass ihr bis jetzt blüht.